Winternacht Verschneit liegt rings die ganze Welt, Ich hab nichts, was mich freut. Verlassen steht der Baum im Feld, Hat längst sein Laub verstreuet. Der Wind nur geht bei stiller Nacht Und rüttelt an dem Baume, Da rührt er seinen Wipfel sacht Und redet wie im Traume. Er träumt von künftiger Frühlingszeit, Von Grün und Quellenrauschen, Wo er im neuen Blütenkleid Zu Gotteslob wird rauschen. Verschneit liegt rings die ganze Welt, Ich hab nichts, was mich freut. Eine sehr schlichte Gegenüberstellung, Als ob der Schnee der Grund dafür sei, Daß dem Sprecher alle Lebensfreude abhanden kam. Verlassen steht der Baum im Feld, Hat längst sein Laub verstreuet. Der Sprecher identifiziert sich mit dem kahlen Baum, Was für den Baum der Winter ist, Der ihn tot und leblos macht, Das ist für den Sprecher ein, Warum auch immer, freudloses Leben. Der Wind nur geht bei stiller Nacht Und rüttelt an dem Baume, Da rührt er seinen Wipfel sacht Und redet wie im Traume. Die durch den Wind verursachte Bewegung des Baumwipfels Gibt diesem eine scheinbare Lebendigkeit, Aus Sicht des Sprechers wird der Baum Zu einem träumenden Wesen. Er träumt von künftiger Frühlingszeit Von Grün und Quellenrauschen, Wo er im neuen Blütenkleid Zu Gottes Lob wird rauschen. Der Sprecher weiß, Daß das neue Erblühen und Grünen des Baumes So sicher kommt wie der Frühling selbst. Dies überträgt sich auf ihn So sehr als Zuversicht, Daß ihn die Gewissheit neuen Glückes Jetzt schon Gott danken und loben lässt. Das Gottvertrauen ist so groß, Daß die Zuversicht schon denselben Wert erhält, Wie das zukünftige, Auf das sich diese Zuversicht richtet. Der Sprecher identifiziert sich auf eine verblüffend ähnliche Weise Mit einem Baum im Wechsel der Jahreszeiten, Wie es Fürst Andrei Bolkonski In Tolstoys Krieg und Frieden tut. Für Bolkonski erfüllt sich die Zuversicht letztlich nicht. Aber dieser Augenblick der Hoffnung war vielleicht Einer der glücklichsten Momente seines ganzen Lebens. Er ist ein Moment, der auft und in einem Moment der Zuh пять ist, er hat sich dort liberty und sie sich über den Blick in den Schiff. Er ist ein Moment. Unfall hat den Schiff. Der Schiff. Er ist ein Moment. Ja, das ist es. Der Schiff. Man hat den Schiffiff. Untertitelung des ZDF, 2020